Servus, der Tobi hier. Ich bin heute wieder auf Tour nördlich von Ingolstadt und hinter mir seht ihr schon eine heftige Gewitterzelle hochgehen. Die ist schön isoliert in guter Luftmasse. Es ist geil geschert. Die kommt jetzt dann vom Westen gleich auf meinen Standort zugezogen. Ich hoffe, dass sich daraus jetzt dann gleich eine fette Superzelle entwickelt, die ich dann schön chasen kann. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Die Entwicklung ist nur ein Warnschuss. Dahinter rückt aus dem Großraum Ulm eine richtig fette Superzelle nach. Unter dem massiven Eisschirm baut sich vor mir bei Eichstätt eine mächtige Wolkenfront auf. Die Böenfront schleift an einer Stelle über dem Boden, weil es durch die vorlaufende Zelle die bodennahe Luft voll angefeuchtet hat. Was ne geile Gewitterfront. Dahinter kommt ein grüner Niederschlagskern angerauscht. Es gibt gute Straßen, um vorne dran zu bleiben. Ich mache einen letzten Schwenk von der Gewitterzelle und dann geht es mit glitschenden Reifen davon. Jetzt werde ich zum Gejagten. Hinter mir werden die Wolkenformationen immer bedrohlicher. Auch auf dem Radar sieht das Gewitter nach einem Großhagelproduzenten aus. Also nix, um sich überräumen zu lassen. Doch das täuscht, denn der Hagel aus dem System hält sich in moderaten Größen. Aber das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht wissen. Herrlich, wie grün sie wird. Ein Motorradfahrer hatte so etwas eilig, dem drohenden Unheil zu entkommen. Ich fahre zu dem Zeitpunkt leicht über 100. Keine Ahnung, was der drauf hat. Die Straße ist super, um etwas Abstand zum System zu gewinnen. Trotz der hohen Zuggeschwindigkeit kann ich kurz halten und einen Schwenk machen. Leider hat sich das Gewitter jetzt etwas abgeschwächt. Über die A9 will ich weiter an der Superzelle dranbleiben. Erste schwere RFD-Böen fegen über die Autobahn, als plötzlich der Verkehr stockt. Einen Stau kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Aber nur ein umgestürzter Baum macht die rechte Spur dicht. Zum Glück ist der auf kein Auto gefallen. Die Superzelle zieht Richtung Regensburg weiter. Da aber vor ihr ein neues, starkes Gewitter hochgeht, fahre ich den Umweg über Ingolstadt, um nicht durch dessen Niederschlagskehren zu müssen. Ich komme dabei recht schnell aus dem Einflussbereich der Superzelle heraus und habe einen schönen Blick auf die Wolkenbasis der Flanking-Line. Eine Flanking-Line ist eine Quellwolkenkette an der eilschirmabgewandten Seite von starken Superzellen. Diese entsteht, wenn auslaufende Niederschlagsluft neben der vorrückenden Superzelle die feuchtwarme Luftmasse hebt. Jetzt geht's. Geschafft! Ich habe die Superzelle südlich von Regensburg überholt, doch zu früh gefreut. Das ist echt ein Neutag. Mann, wann kommt der hier der Scheiß Zug? Akkurszeit circa 18.43 Uhr. Sturm kommt auf und nach einer gefühlten halben Stunde kommt der Güterzug vorbeigefahren. Wegen den aufziehenden Gewitter fahren jetzt alle Badegäste eines nahen Backersees heim. Da war ein kleines Verkehrschaos. Ich habe keinen Bock mehr, weil schon vor mir ein Ast auf die Karre geknallt war. Und auf der Allee, wo ich weiterfahren wollte, fliegt kurze Zeit später ein ganzer Baum um. Also erstmal den Sturm abwarten, bevor es weitergeht. Wunderbar, diese schweren Sturmböen. Dann gehen auch noch die Luftschutzsirenen für die passende Stimmung an. Okay. Sollte an Pfann, wenn es rausgeht. Sollte an half an. Sollte aus. Sollte aus. Sollte aus. Sollte aus. Ich fahre durch den Gollboden, um wieder aus dem Niederschlag rauszukommen. Doch bei Straubing kotzt sich eine frische Gewitterzelle mit heftigen Wolkenbuch und einzelnen Hackelsteinen genau über mir aus. Durch die enorme Sichtverringerung muss ich nochmal halten, weil es zu gefährlich wurde. Man sieht gar nicht mehr richtig, wo man hinfährt. Weiter geht's. Ich bin wieder raus aus dem Niederschlag. Und was für ein Licht. Unter der weiträumigen Wolkenbasis sieht man die Bergkette des Bayerischen Waldes. Und eine weitere von der Abendsonne beschienene, strahlend helle Gewitterzelle. Links im Video ist der Niederschlagskern, den ich gerade durchquert habe. Ich fahre noch ein bisschen näher an die Aufwindbasis des Gewitters heran. Auf der A92 kurz vor Deckendorf gibt es dabei weitere tolle Lichtstimmungen zu bestaunen. An den ersten Ausläufern des Bayerischen Waldes bin ich nochmal richtig nah dran an dem Gewitter. Der Aufwind hängt kurze Zeit richtig an der Orographie fest, bevor er unter Abschwörung Richtung Tschechien weiterzieht. Wieder macht die dunkle Gewitterzelle und der heftige Wind richtig Stimmung. Auf der Heimfahrt gibt es bei Dorf noch schöne Blitze zu bestaunen. Der Eisschirm über mir regnet sich jetzt gerade ab. Mein fettes Chasing heute, mehrere Bäume lagen auf der Straße. War nicht immer ganz einfach vorne dran zu bleiben, aber ich bin an eine fette Superzelle hingekommen. Mit richtig geilen Strukturen. Ja, jetzt werde ich mich mal auf den Heimweg machen. Ich hoffe, euch haben die Videoaufnahmen gefallen. Ich wünsche allen einen guten Tag. Servus, der Tobi.